ARD Text im Auftrag von Funk 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 um Prozent die heißt das überhaupt und er ist von der Dunkelheit weil Arturias da die Dunkelheit hat ich denke das ist einfach mal Dunkelheit bekämpfen wollte hat er den Abgrund also der ist aufgemacht auch an der Stelle und dann ist eben der Inhalt des Fels auch über Ulis hier gefallen und das ganze Land zerstört Mann Mann voll traurig alles dort findest du ja dann auch den kleinen Steve den musst du da ja retten hab ich dir ja erzählt wenn du den vorher rettest und dann bekämpfst dann erinnert der sich an dich soll das geile Info sein ja vorher runter das hört sich an wie ein Soundfehler also tot nur eine L oben steht noch kommst du wohl runter? ja ich hole dich runter Blocknummer ja ja er ist mir auf den Rücken gefallen wenn ich da wie so ne Schildkröte kommen die hoch mycalfor oder so unten sind kleine kleine Fröschlies wollt ihr das Bonfire auch noch holen? ja klar ich hätte auch gerne so eine so los von denen ja doch erst aus mach mal mit bei der Partie der Hörer und Konsequenzen machen dann sei er hier ist dann übrigens doch auch eigentlich ähnlich ist das Gerschnur? Gerschnur alles kaputt dahin oder was? ne 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 die ist jetzt nämlich hier das sind wir nämlich an dieser Stelle jetzt ach guck an ne die gab es aber auch irgendwo noch hier glaube ich ne können wir nicht runter und Items snacken Sühne? irgendein Zauber also? Bola Edelstein ich möchte das richtig gelesen haben äh jetzt kommen wir auch nicht wieder zurück das war schlecht das ist ja doof das ist ja doof das ist echt doof das heißt entweder ach ich bin an der Höhle alles klar ja daneben ja oh die dritten rüber das geht schnell naja ich bin in der Nähe wie es aussieht in DAX21 konnte man dann teilweise in seiner eigenen Welt die verfluchten anderer Welten sehen die standen dann immer so ein Statue rum unten in den in den in den tiefen massiv doch auch ja wobei da ja nicht so richtig verflucht waren irgendwie ne sondern ach guck mal ganz und steht bei jedem sogar Feuerbahn schreien sie gerade warte warte was war denn das letzte ach grenzen von fahrung bin ich doch richtig oder nicht ja klar hier kannst du jetzt auch hinkommen eigentlich den komm ich dahin ja ne da können wir uns immer diese blöden Vögel da ersparen Vögel? ach so ja du meinst ja nein ich will die ganz einlegen ich wollte nen Knochen nutzen Leuchttfeuer der Letzten Rast jetzt jetzt bin ich auch nicht mehr menschlich egal ach ich wette wir schaffen den Endgegner jetzt nicht beim ersten Mal das ist äh wieder nur den Profispielern gegönnt danke ja ich weiß ich wollte auch immer nett sein so schluck du Sau benutzen oh hier liegt ein Singen aber nicht deins meins liegt da gerade aus links da genau hier ach so jenes da sind wahrscheinlich auch die items weg die hier fallen gelassen wurden für mich ne ja aber die Gegner sind ja da ja dann kann man wahrscheinlich auch schön diese Sachen farmen die sollen sich da erstmal gegenseitig offen mitzugeben ist natürlich auch ne geile Möglichkeit ne einfach immer ans Bonnfeuer gehen wieder ein paar Meter rausgehen und äh die machen sich gegenseitig vielleicht nur so kurz wie die Seelen dafür ne ich finde das fair oh oh ich hab die beiden hier bei mir warum das denn achso naja die gehen jetzt auf die anderen ja doch mal ich hab extra die nicht angegriffen damit die nicht in der Kurve die Kamer oh 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 das ist aber nicht gut Aua 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 geht es noch? ich hab meinen ich hab meinen nicht ja die Dark Hand bei mir gemacht ja die Dark Hand bei mir gemacht dass ich schon wieder drauf geh also ganz klar komm ich mit denen aber nicht ey eine Reichweite gleiche Zunge und gebrochene Haugapfel finster Gamaschen ne ne das ist kein Item Moin 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 ja ja auf jeden Fall wirklich wie so eine alte Mutti ne das ist doch ein Witz du bist gleich tot ne ich weiß das ist scherz hier echt so auf geht die wilde Fahrt ja oh das ist noch ein Item Item ist Item was auch immer das für ein Item ist Geht man hier sofort rein in den Buskampf? ja der fängt sofort los wie nach der Treppe umfährt ist schade dass man die nicht jetzt schon fighten sieht also vom Realitätssinn halt her ne ja soll ich mal weg auf geht die wilde Fahrt ja kennen wir ja schon hallo dann folgende Taktik machen wir drauf 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 ja alles klar bei ihm nicht bei mir da kommt der zweite ja ich hab den Original ich hab den Original du hast den Original ja ich hab den Original ja treffel treffel ja ja treffel jetzt zum Kotz ja wo ist weiter? da hinten steht einer auf dem wir gar nicht machen ja jawoll so, nice hier, Brofist, war ja voll leicht das können wir ja auch schon, dann können wir ja auch abbrechen, oder? aber sieht geil aus man weiß sofort, oh, irgendwas passiert jetzt ich würde sagen, eigentlich selbe Taktik wie gerade eben, ich mach mit Pfeilen ich lenke mir so ein bisschen nach Tänzlungen rum Pfeilex, schwarz uuua, alles klar ja, genau, alles klar Pfeilex ja bin ich, komme also alter, hab ich einen Spalt färbt ab Oh, das war ein Schmein von mir. Oh, Alter, was da? Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Junge, 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 Junge. Ich habe mein letztes Essen verbraucht. Ja, vielleicht hat er ja auch nicht mehr. Alter! Ach, komm schon. Oh, ich habe ihn fast gedackstabt. Ich habe ihn gedackstabt. Sehr schön. Da ist er, Owen. Fürstenasche. Seele des Wolfsbluts und eine Sonnenlichtmedaille. Nice. Wo geht es denn ins Original weiter eigentlich? Geht es jetzt in der Kathedrale weiter? Ja, jetzt geht es original in der Kathedrale weiter. Guck mal an. Da können wir ja auch schon hin. Ja. Was war hier unten? Achso, da war noch mal irgendwie was anderes jetzt, ne? Ja, da geht es auch, weil da die Kathedrale kommt oder sowas. Aber hier war kein Bonfeuer, oder? Nö. Okay. Einmal, einmal rein. Also nicht, dass ich... Ich habe zumindest keinen sofort gesehen. Wow. Alles klar. Skelette. Ein Item smack ich mir. Aber auch nur, weil es... Alles klar. Scheiß Idee. Okay. Okay. Ich kriege keine Seelen für die... Äh. Skelette, das heißt die... Äh. Haben sie es mal wieder reingebaut. Freude. Pharon feste, aber nicht ganz so feste. Reisen. Hast du denn jetzt zwei zusätzliche Seelen, äh, Quatschstufen auch schon bei, ähm, Juro bekommen? Bisher eine. Ich habe das noch gar nicht gemacht. Ah, du hast noch gar nicht gemacht? Ne. Ja, dann darum machst du ja auch dieses dunkle Zeug nicht an dir. Bei mir steht jetzt acht. Es kann tatsächlich wirklich so sein, je nachdem wie oft du gestorben bist. Willkommen, Hobbs. Sehr gut. Dann geht's. Ich glaube, das kannst du bis zu fünfmal machen. Danach stirbt er. Ja, genau. Da kommt aber ein anderer. Ja, sie dann halt, ne? Das ist nochmal Glück. Item-Sache. Gegenstände zu finden und erhöht die Wirkung von Giften und Bluten und Wohnen bei Gegnern auch. Leitet sich die Resistenz gegen Flüche davon ab? Äh. Oh. Denk an den, äh, Knochen-Splitter für das Erfüllung. Hab ich schon gemacht, ja. Achso, ich habe auch noch eine neue Rüstung. Hat dafür jetzt wahrscheinlich die Stärke für. Oh, ich sehe schlechter. Aber leichter. Wie viel schlechter denn? 12-2. Dual 12-2. Feuer, Blitz, okay. Ne. Naja. Irgendwie. Oh. Hier sind aber besser. finster gamaschen so erst du da auch schon naja habe ich ja gerade hier die zirma auch die krone von das ich habe sie noch alle nicht besser außer die haben vielleicht irgendwelche effekte ein Vielen Dank.